Die GTM 8210W verfügt über einen emissionsfreien Batterieantrieb und kann innen wie auch außen eingesetzt werden. Die abriebfreie Bereifung hinterlässt keine Spuren auf empfindlichen Untergründen. Die GTM 8210W erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 8,17 m. Der Korbarm erweitert das Einsatzspektrum der Maschine und macht sie zum idealen Helfer bei Inventur und Instandhaltung. Der Arbeitskorb trägt maximal 200 kg und die Maschine ist in beide Richtungen um jeweils 175 Grad verdrehbar. Zum schnellen Wechsel des Einsatzortes ist die GTM 8210W aus voller Arbeitshöhe verfahrbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017